Was geht ab, Jungs? Äh, oh, er wünscht mir sogar Good luck and have fun Oh, das muss ein cooler Typ sein, auf jeden Fall Und ja, ein bisschen Gamer ist gegen eins und ich hab ein Thema anzusprechen Digga, ich spür schon die Oldschool-Vibes Einfach über ein Thema reden, Digga Bei mir ging es eigentlich schon nie um das Gameplay eigentlich immer so, um was ich rede außer in so Notagen oder so'n Scheiss, da halt von mir aus Aber ja Das Ding ist halt Äh, wieso ich so lange keine Videos gemacht hab, also jetzt, das kleine kommt ja öfters mal drauf dem Kanal so, aber jetzt hat es auch einen Grund gehabt Digga Jaja Der überlebende Boss anscheinend heute mal am Start Mal schauen, ob wir es spannend machen können Oh, fuck Oh, fuck Okay, wir haben ihn Digga, die haben auch so fetten Lowground des Todes, Alter, Scheiss Donald Duck Jetzt, Shut the back Digga, kein Bock Digga, kein Bock Ja, Junge Man muss halt, ich muss halt immer in die Stadt fahren so, um die Schuhe und in die Schule zu gehen Das ist nicht mal scheiße, ich finde das übelst nice Weil ich dort immer Wie heißt das, Frühstück genau Frühstück Schon früher nie Weil ich hier immer aufgestanden bin ein paar Minuten bevor der Bus kam Also zur alten Schule Jetzt kaufe ich mich halt immer in der Stadt so Übelst nice and stuff Ja und das fühle ich halt übelst Weil ich halt einfach auch Mittag essen kann Theoretisch könnte ich jeden Tag mit Donalds und Burger King essen Was wahrscheinlich ein Traum von jedem wäre Aber ja, da ich mich eher jetzt gesunde ernähren und so Äh, ist es jetzt kein Ding Aber da gibt es ja auch alles mögliche in der Stadt So, wisst ihr Aber trotzdem, wenn man sich einfach mal gönnen will Einfach mal so Da kann man einfach easy dort essen gehen No problem, Digga Finde ich mega nice Okay, wir gönnen uns jetzt den stuff Okay, jetzt gehen wir runter Jetzt hat es sich auch stärker gönnen Ah nein, das war der Okay, nice Digga Und er hat doch gewonnen Alter Aber ich hab auch immer so um 5 Uhr auf Schulhaus Da kann ich das ausrechnen Bis ich zu Hause bin Und dann noch Zwei Dann noch jeden Tag ein Video machen Digga Also Da sollen die anderen YouTuber nicht so rumheulen Wenn die, keine Ahnung Eine Milliarde auf dem Konto haben Every day, every night Zeit haben Um Drecksvideos zu machen, Digga Also Dann würde ich 10 Videos Alla Entschuldigen WM-Qualität hochladen, Digga Ähm Keine Ahnung Wäre nice Wäre nice Wenn wir über ein Like schaffen Nein Über zwei Like schaffen würden Und jetzt versuche ich mal auf die Runde zu konzentrieren Okay Jungs Full mode activated So endlich Jungs Schatz Garfield That was it with the video and I hope you enjoyed so